Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin's euer Sly und ich habe endlich, endlich eine Lösung gefunden, wie ich flüssigen Wasserstoff mache, ohne Supercoolant, in einem System, was stabil läuft. Und das hat mich wirklich für die Leute, die den Livestream beobachten, viele Stunden gekostet gedauert. Sorry, ich bin gerade noch im englischen Kopf, weil ich habe eben tatsächlich mein erstes Video auf Englisch aufgenommen, weil ich nirgendwo eine Lösung dafür gefunden habe, komplett YouTube, der mir eine Lösung bietet, wie ich Wasserstoff verflüssige vor Supercoolant. Die gibt es nicht. Und wir haben sie gefunden. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Die möchte ich euch erklären. Darum nicht wundern, das Spiel ist gerade noch auf Englisch, aber wir gehen das Ganze durch. Ich habe gedacht, ich habe immer noch genug Zeit zum Bauen. Ich habe eben für die Aufnahme über 25 Minuten gebraucht. Darum gehe ich die jetzt mit euch durch. Ich werde hier auf alle Fehler, die ich hatte, eingehen. Denn das ist tatsächlich das finale Setup. Hier oben war das erste Setup mit den ganzen Fehlern und Problemen, die ich hatte. Aber hier habe ich jetzt alles. Dieses System kann technisch eins zu eins so kopiert werden von euch und danach muss nur angeschmissen werden. Das ist alles. So, wo fangen wir an? Also. Wichtigste Sache. Es gibt keine Flüssigkeit und kein Gas, was kälter ist. Jetzt abgesehen, also wir sind Pre-Setup vor Supercoolant und so weiter. Denn, ich brauch das Automationwahl. Gib mir mal bitte Wasserstoff. Wasserstoff wird nämlich kondensiert bei minus 252,2 Grad Celsius. Das heißt, alles ab darüber fängt es an, sich zu verflüssigen. Das heißt, ich muss irgendeine Möglichkeit finden, dieses Gas weiter zu kühlen. Um genau zu sein, das ist hier 254, glaube ich, drinnen. Ja, minus 254, dann seht ihr, dass es ganz langsam kondensiert. Man sieht das auch hier. Ich kann das mal ein bisschen anschmeißen, dass hier die Menge steigt. Aber der muss jetzt ein bisschen laufen. Seht ihr das? Und dann hier so. Das baut sich tatsächlich auf. Ihr seht, hier kondensiert und mal bei zwei Kilo fängt er an aufzupumpen. Das heißt, das System funktioniert, was schon mal gut ist. So. Die Größen, also müsst ihr etwas haben und das ist der große Gedankengang. Das ist ein Pre-Cool-Setup und hier habe ich das Feinjustierung-Setup. Wie fängt das Ganze an? Wir fangen einfach mal an. Also erstens ziehen wir Wasserstoff hier raus. Wasserstoff durch einen Gaswild bei 500 Gramm. 500 Gramm ist eine essentielle Zahl, da komme ich aber gleich noch zu. Und das Ganze läuft durch einen gesteuerten Shutoff, also der bestimmt, ob es fließt oder nicht. Und das Ganze geht hier in den ersten Loop. Das heißt, hier geht es rein und geht hier in den ersten Cooling Loop. Auch hier habe ich einen Gaswild von 500 Gramm, weil hier kommen ja ganze Kilomassen raus und hier gehen erstmal 500 Gramm rein. Die gehen hier rein, werden gekühlt, werden gekühlt, werden gekühlt und gehen erstmal in den Loop. So lange, bis sie eine Temperatur von minus 235 Grad haben. Danach öffnet sich hier der Shutoff, also der öffnet sich das Ventil und 500 Gramm gehen hier rein. Nicht, wenn nicht, dreht das Ding so lange im Kreis, bis es die Temperatur hat. So. Man könnte jetzt sagen, woher weiß er denn, warum hat er hier auch ein High Threshold, also er kann 50% seines Container-Einshalts lagern. Danach sendet er ein rotes Signal und dieses rote, dieses rote Signal hier, wird hier gesteuert über, ah jetzt, ich habe mich schon gewundert, warum ich das nicht sehe, wird hier gesteuert über ein Und-Gate. Das zweite erkläre ich gleich. Aber solange der Behälter über 50% voll ist, sendet er und lässt es hier zu. So. Er öffnet den hier dann und schickt den hier durch. Jetzt habe ich hier sozusagen, ihr müsst euch vorstellen, das ist das Pre-Cool-Setup. Denn hier geht Wasserstoff mit circa gerade 4-5 Grad rein. Ist ja geist genug, 20, 30, 40 Grad sein. Das ist kackegal. Das geht hier in das System und kühlt das Ganze runter. Also das ist der erste Loop, der mir das Ganze auf minus 235 Grad runterkühlt. Wichtig. Wirklich wichtig. So. Und der Grund, warum ich Radiant Pipe habe, erkläre ich gleich auch noch. Ich erkläre es mal, die Cooling-Loops. So. Jetzt habe ich hier einen zweiten Cooling-Loop. Ihr seht hier 500 Gramm gehen hier rein. Und hier kommen auch 500 Gramm und 500 Gramm und 500 Gramm ergeben dieses eine Kilo, was zusammen hier im Eingang fusioniert und dafür sorgt, dass das Ganze keinen Rückflow hat. Oder sich aufstackt. Das heißt, die harmonieren, geben ein Kilo, die ein Kilo gehen hier rein. Und hier habe ich jetzt meinen Tank und ihr seht, der hat minus 246 Grad. Denn jetzt kommen wir zum zweiten Flow. Hier habe ich natürlich hier einen Gas-Wave wieder. Der ist jetzt auf 590 Gramm eingestellt. Warum 590? Ist ganz wichtig. Es ergibt zum Schluss aber die 500 Gramm. Alles gut. Diese 590 Gramm schicke ich jetzt hier durch. Und das durch einen zweiten Cooling-Loop, der hier vorbeigeht. Und hier haben wir tatsächlich auch wieder ein Gas-Temperatur-Messer. Der sagt mir, ey, sendet ein gutes Signal, solange die Temperatur über minus 241 Grad ist. Er hat es natürlich jetzt ausgeschaltet, weil die Temperatur, die ihr hier misst, höher, also kälter ist als minus 241 Grad. Darum wird das Ganze rausgebridged. Also er kann hier nicht mehr rein, wo er dann hier gekühlt rauskommt, sondern er geht rüber in die Brücke. Diese Brücke ist nach dem Ausgang. Und geht weiter. Geht danach hier in den Cooling-Loop und läuft. Also ihr seht das. Hier geht es raus. Da geht es rein. Wird gekühlt oder nicht. Läuft hier lang. Und läuft hier in den Loop. So. Wie ihr sehen, haben wir hier beim Ausgang wieder einen Gas-Wave. Und der ist auf 90 Gramm. Der nimmt von der 590 Gramm, nimmt der 90 Gramm und drückt die hier rüber. Und diese 90 Gramm gehen mit 200 minus 246 Grad. Das ist ja das, was hier gerade drin ist. Gehen die rein. Und wie wir wissen, ein Thermal Regulator. Also ein Thermal Regulator. Ja, Thermal Regulator auf Englisch. Luftkühler oder so heißt es auf Deutsch. Kühlt um 15 Grad, wenn er genug Masse hat. Hier geht er jetzt mit minus 246 Grad rein und geht mit 259 Grad rein. Also, boah, 15 Grad fast erreicht. Ihr nicht wundern, beim Laden springt der immer erst an und macht ein Cold Damage. Das heißt, ihr müsst nachher dafür sorgen, dass die Dubs hier rein können. Das könnt ihr mit einem Liquid-Wall machen oder mit einem Schleusensystem, das ich zum Beispiel auch bei YouTube und so weiter habe. Da könnt ihr das zugänglich machen. Und der kühlt das runter. Und das ist natürlich weit unter dem Kondensierungspunkt. Denn der Kondensierung muss minus 252 Grad. Und diese 90 Gramm gehen hier durch. Und ihr seht, die kommen hier an mit minus 255 Grad. Und gehen in diesen Raum rein. Dieser Raum stackt erstmal auf. Und alles, was wir tun, ist diesen Raum runterkühlen mit der Menge von 90 Gramm bis wir 20 Kilo aufhaben. Alles gut. Und ab 20 Kilo habe ich den Punkt, dass hier selbst das High Pressure Gas Vent, also das Überdruck, das Überdruck, das Überdruck, Ventil, Gas, egal, ich habe den Namen gerade nicht drin. Das ist das Problem, wenn man vorhin eine Aufnahme in Englisch gemacht hat, weil ich auf Deutsch machen muss. Das ist auf jeden Fall mit 20 Grad, äh, 20 Grad, mit 20 Kilogramm Masse ist das voll. Und dann hat der Überdruck und schließt. Damit das nicht passiert, habe ich hier 19 Kilogramm eingestellt. Danach springt die Pumpe an und pumpt mir das Ganze wieder zurück ins System. Ne? Dann kommt der hier wieder rein. Fupp. Und gut, jetzt der pumpt auch immer noch 500 Gramm raus. Das passt ja so perfekt. Und selbst wenn der hier offen ist, stackt der ein bisschen auf. Also alles kein Problem. Ähm, wenn du auch ganz sicher gehen wolltest, macht der hier noch, ähm, macht der hier nach noch eine Wölfin mit 500 Gramm. Aber ey, klein Kram. Passiert so gut wie nie, weil der nie mehr als drei Einheiten durchschießt. So. Jetzt, dass wenn einige gesehen haben, habe ich hier das noch drinne. Ähm, das erkläre ich jetzt gleich. Wichtig ist. Und jetzt ganz, ganz wichtig. Das Ganze ist im Vakuum. Und wie ihr seht, ich habe überall Radiant Gas Pipes. Die größte Problematik, die ich hatte, ähm, es gibt ja die Thermal Conductivity. Thermal Conductivity bedeutet, ähm, der Wärmeaustausch. Und specific heat capacity ist die, äh, Wärmekapazität, die etwas hat. Also wie viel Wärme jemand aufnehmen kann und wie viel er austauschen kann. Also wie viel er austauscht zwischen zwei Objekten. Im Weltraum selber, also im Weltraum, Entschuldigung, im Vakuum selber existiert keine Thermal Conductivity. Weltraum Null. Null. Isolationsmaterial, wo man denkt so, boah, das muss das ja verhindern. Nein, tut das nicht. Ist verlangsamt nur. Ein Isolator Null ist Vakuum. Da findet nichts statt. Selbst diese Platten, wie ihr seht, also alles, was ich baue, 20 Grad, ne, kann man sehen, 53 Grad, 27 Grad. Der nimmt das trotz alledem an. Auch hier kann man sehr schön sehen, 19,9 Grad, minus 107. Man sieht, dass die neu gebaut wurden. Ich wollte es mal sehen, damit ihr es seht. Ähm, alles andere hat das angenommen. Das heißt, alles, was im Vakuum, also ausgesetzt ist, möchte ich die höchste und wirklich die allerhöchste Thermal Conductivity, äh, thermale, ich weiß gar nicht, deutsch war egal, äh, Conductivity haben, ähm, wie möglich. Und, starte ich das Spiel gerade neu? Ich mach mal einen Cut und mach's auf Deutsch. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt noch auf Deutsch. Ähm, woran stehen geblieben? Ah ja, genau. Ähm, wir wollen nämlich ganz gerne, dass alle Materialien, die, ähm, Wärmeleitfähigkeit, die dem, äh, Vakuum ausgesetzt sind, eine höchstmögliche Wärmeleitfähigkeit haben. Aus dem einfachen Grund, ähm, jetzt muss man ein bisschen verstehen, und das ist der Grund, warum ich ohne so liebe, weil es wirklich auf Physik und Chemie zugreift, in einem gewissen Maße, den mir noch kein anderes Spiel geliefert hat. Ähm, Weltraum ist der absolute Null. Da ist, pff, nichts an Wärmeleitfähigkeit. Wärme ist auch nur eine Form von Energie. Das Problem war, was ich vorher mit isolierten Dingern hatte, immer wenn ich dachte, ich hab ein stabiles System, ähm, ist es mit der Zeit umgekippt, weil dieses, äh, System trotzdem noch Wärme abgegeben hat. Beziehungsweise, ähm, ich entziehe ein Objekt Energie, dadurch verliert es Temperatur. Das ist das Prinzip dahinter. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass ein Objekt keine Energie mehr hat, also schon direkt minus 200 und ein paar zerquetschte Grad hat, ähm, kann es auch keine Wärme mehr aufnehmen. Darum ist das so wichtig, dass das ganze Vakuum stattfindet. Denn das ganze Setup, was ja hier durchkommt, hier kommen ja immer, wie gesagt, minus 200, ähm, 35 Grad gehen immer in das System. Das heißt, ich möchte, dass diese Rohre, die fangen ja eigentlich mit 20 Grad an. Und werden das erst mal hier durchgeschleust. Und es ist wichtig, dass wir erst mal einen Loop finden. Denn alles, was hier gebaut wird, hat erst mal 20 Grad und muss runtergekühlt werden. Ansonsten platzen euch permanent die Rohre, weil, oh, ihr habt gerade gasförmiges, ihr habt gerade gasförmigen Wasserstoff hier haben. Hm, okay. Ähm, das braucht, du brauchst jetzt, der fängt an mit minus 240 Grad und kommt raus im Loop mit, oh, herzlich willkommen, du hast minus 10 Grad. Der hat minus 200 Grad einfach verloren. So, puff. Wo sind die gelassen? Ganz einfach, die ganze Energie vom so rumliegenden System ist da reingelaufen. Und ich habe jetzt gerade die Schleuse hier geöffnet. Ähm, ich habe das ja schon erklärt, wie der erste Cooling Loop hier läuft. Und was ich möchte, ist, hier habe ich das ganze Ding aus Wolfram gebaut. Metallziegel aus Wolfram. Diese Dinger funktionieren letztendlich nachher wie ein riesiger Kühlakko. Wie schon gesagt, die sind im Vakuum ausgesetzt und die haben die Temperatur, also haben schon so viel Energie abgegeben, dass die minus 254 Grad kalt sind. Denn die erste Kühlquelle, die kommt, ist hier, ähm, der Wasserstoff mit minus, was haben wir gesagt, äh, minus 256 Grad. 90 Gramm davon. Wisst ihr, wie lange man braucht, bis ihr die Dinger auf minus 254 Grad habt? Jahrhunderte. Damit das Ganze etwas schneller geht, habe ich hier nach der Abzweigung ein, äh, System. Ich habe das gerade, das braucht übrigens nur zum Ankühlen. Ganz wichtig. Wenn ihr es geschafft habt, dass das Ding nicht mehr läuft, also schon seit Ewigkeiten nicht mehr, ähm, dann stellt das Ding ab. Setzt es auf unter minus Maximum oder dekonstructet es, baut den hier ab. Ihr könnt den hier auch abbauen, ist scheißegal. Ähm, ich habe jetzt gerade noch was durchgeschickt. Der seht hier, Wasserstoff läuft jetzt hier durch. Und was der tut, ihr seht durch Radiatorenrohre und den Wolfram mit. Das heißt, beides mit einer unglaublich hohen Wärmeleitfähigkeit. Ne? Der geht jetzt nochmal rum und kühlt euch die ganzen Metallziegel runter. Das erste Mal schafft ihr das so auf minus 240 Grad. Und danach, glaube ich, stellt er sich aus. Der Rest erfolgt dann tatsächlich hier rüber. Und dann bildet sich nachher Überdruck von 20 Kilogramm. Der muss rausgepumpt werden durch die Gaspumpe und geht wieder in den Cooling-Loop hier rein. Und danach könnt ihr das ausstellen. So, was nämlich danach jetzt folgt, ist, das ganze Ding wird runtergekühlt, nur durch den Eingang hier. Das war's dann. Und ihr seht hier nach und nach, es baut sich ja Masse auf. Ich habe gesagt, ab zwei Kilo kannst du dann anfangen zu pumpen. Und ihr seht, hier lagert jetzt flüssiger Wasserstoff. Oh, ne Tonne habe ich schon. Ne Tonne flüssiger Wasserstoff. Das war echt Arbeit. So, wie schon eben erklärt. Ich möchte, dass hier im Weltraum möglichst alle Rohre, ihr seht, die sind wirklich alle arschkalt, ne? Aber es gibt keine Wärme mehr ab. Dadurch, dass es ein Vakuum ist und alles, dass die Temperatur hält, die es hat, alles tut die. Jetzt haben wir das Problem, wir fangen erstmal an. Die Klimageräte, die werden natürlich warm. Aber die sind bei mir kalt. Warum sind die kalt? Einmal A, weil hier drin überall circa zwei Kilogramm Wasserstoff drin sind. Das ist also Wasserstoff selber. Da kommt ihr relativ schnell dran, denn ihr werdet sicherlich ein bisschen rumfummeln müssen. Kann man nachher auch entleeren. Wie ihr das macht, ist eure Sache. Ihr könnt nurfalls auch ein Gas zwischendurch einfach mal abbauen, eine Rohrleitung abbauen, dann habt ihr auch Wasserstoff hier drin. Es dient einfach nur als Wärmeleitmittel hier drin. So, dann habe ich hier Thermal Shift Plates drin, die das verteilt machen. Die sorgen auch dafür, dass diese Ziegel schnellstmöglich diese Temperatur haben, denn die geben die Kälte an die Ziegel ab. Das ist ja das, was ich möchte, dass die hier schnellstmöglich auch wirklich kalt sind. Die Ziegel sind schnuckelig, minus 100, kippie. Nö, da kennt ihr nichts. Der Junge, die gehen natürlich nicht an, weil die keine Thermal Shift Plates haben. Egal. Wie erfolgt die Kühlung? Die Hauptkühlung, denn die werden ja warm. Die Regulatoren, die Klimageräte. Und zwar braucht ihr Ethanol dafür. Dafür macht ihr ganz einfach, Ethanol kommt ihr dran über Abo-Eichel und Ethanol-Extraktor. Macht ihr euch ganz einfach, ich liebe das, wenn man ein Spiel lädt, dass euch erstmal alles bricht. Macht ihr euch ganz einfach ein Wasserkühlsystem. In dem Fall habe ich hier meinen, jetzt habe ich ausgestellt, sieht man ja, meinen flüssigen Wasserstoff mit Supercoolant. Habe ich hier einfach einen Wasserkühler reingesetzt. Der kühlt mir den Ethanol alles bis minus 100 Grad. Denn Ethanol, wie wir wissen, schnappst es nicht für alles die Lösung, aber für manches schon. In dem Fall ist es hier meine Lösung. Ethanol hat eine sehr interessante Sache. Ne, das ist das Wasser, mein Freund. Ich brauche Ethanol. Da muss Ethanol tanken. Ähm, Ethanol ist flüssig bis circa 79 Grad und ist flüssig bis minus 114 Grad. Heißt also, ähm, es ist eine Flüssigkeit mit einer langen Spanne. Was mir bedeutet, ich kann es runterkühlen bis minus 110 Grad, ohne Probleme. Und schicke es mir hier rein, um alles was ich habe. Bis hierhin ist alles isoliert und ab hier fängt es an, mir das ganze runter zu kühlen. Das ganze Setup auf minus 100 Grad. Klar, minus 100 Grad, minus 200 Grad ist ein Unterschied, aber je kälter ich die Umgebung schon kriege, um so besser. Wirklich, um so besser. Alles, was sich irgendwie schon so kühl wie möglich machen lässt, macht es so cool wie möglich. Ich habe keine bessere Flüssigkeit da gefunden, außer Ethanol. Ihr braucht für das ganze Setup das höchste, was ihr braucht, ist, glaube ich, ähm, Stahl. Ja, Stahl ist das eine. Ich glaube, ich habe irgendwo noch was aus Blei. Muss ich gerade schauen, ich weiß gerade nicht sicher. Irgendein Objekt war aus Blei, weil es mir das Beste gegeben hat. Wolfram? Oder war es doch nicht aus Blei? Wolfram, 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 Wolfram. War doch ganz aus Blei. Stahl, Keramik, Wolfram, Keramik, Gold. Nö, doch nicht. Kein Blei. Entschuldigung, dann habe ich doch noch ein Material gefunden, was besser. Stahl braucht ihr auf jeden Fall. So, ähm, das ist ganz wichtig. Dieses Setup hier außenrum dient nur zum Vorkühlen. Es geht ja danach wieder in den Loop. Sobald ihr die Temperatur hier habt, ihr seht, ich habe eigentlich die minus 254 Grad, was bedeutsam kühler ist als der Kondensationspunkt von Wasserstoff. Ich soll hier mal ein bisschen runter machen. Aber habe ich hier schon Beleuchtung laufen? Mutter Natur. Ähm, ist großartig. Das Ding funktioniert. Es hat mich ewig viele Stunden gekostet. So, ähm, jetzt zurück noch mal zum Anfang. Ich hoffe, das habt ihr soweit verstanden. Zwei Aufnahmen irritieren mich hintereinander. Ähm, und zwar zur logistischen Seite. Wo habe ich das jetzt? Ach so, ja, warte mal. Hallo, Automatik. Und zwar möchte ich das hier in diesem Gastank, der aus Stahl ist, und hier übrigens auf Granit steht, denn die haben auch schnellstmöglich, die nehmen schnellstmöglichen Temperatur an. Ne? Ihr seht das ja hier. Möchte auch. Also, er nimmt die Temperatur hier vom Ausgang ganz langsam auf. Ähm, Und ja, ich möchte, dass hier eigentlich immer eine gewisse Masse drin ist im Gastank, damit der nicht so lange braucht. Die Info, ähm, 50-20. Ich hatte vorher 40-20 bei der englischen Aufnahme, habe dann festgestellt, ich muss 50 erhöhen. Und ich habe hier 50-30. Ähm, was passiert? Ähm, der obere Schwellenwert sagt, sendet ein rotes Signal, wenn er hier feststellt, oh, ich bin 50% voll, dann kommt noch eine kleine Restmenge, ähm, nach, und ich weiß gar nicht, wie viel, 5 Kilo oder so, die hier drin sind. Und das ist mein Loop. Der sorgt dafür, wenn das Ding normalerweise wieder öffnet, der untere Schwellenwert bei 20%, sendet der ein grünes Signal und füllt das wieder auf. Das Problem ist, wenn ihr das erste Mal das System anschmeißt, muss das hier erstmal ewig rennen, bis das kalt genug ist, ich glaube, bis minus 245 Grad, danach stellt sich's ab und danach könnt ihr eigentlich auch das automatische Gasventil ausschalten, weil der Rest erfolgt dann nur noch hierüber, die Kühlung. Das ist halt, wie gesagt, aber ihr braucht es zum Anschmeißen. Denn wenn ihr das sonst nicht macht, platzt euch alles, ihr habt die Probleme und sagt, ihr steht vor dem Scheiß, den ich hier hatte, dass euch alles um die Wand fliegt, bis ich das dann hier irgendwo mal rausgehabt habe. Ach Gott, das war ein Krampf. So. Aber dieses Gasreservoir wird voll, weil der nachschiebt und der immer noch hier im Kühlen ist und das Ganze stackt auf und das macht BOOM. Am Anfang habe ich hier auch gar nicht über Radiatoren benutzt. Ach, das war auch ein Krampf. So. Was habe ich gemacht? Ich habe also eine zweite Systematik eingebaut, die sagt, hier, pass auf, auch eine 50-30, sende ein grünes Signal, wenn das Ding nur noch unter 30 ist und sende ein rotes Signal, wenn es über 50 ist. Denn, dieser Automark braucht hier mit einem einfachen Unschalter. Er sagt, ey, ich bin leer, sendet, also, ich finde diese neuen, ähm, Module, diese Un-Gater, so gut gemacht, auch weil es optisch diesen Schalter hat zum Flippen, ne. Also visuell ist das halt richtig verständlich. Auch der Oder gefällt mir gut, das sind einfach zwei Nupsis. Entweder der drückt, oder der drückt auf einen großen Schalter. Das ist super gut gemacht, muss ich wirklich glücklich erwähnen. Und erst, wenn beide grün sind, also, wenn der hier sagt, ey, ich bin unter 30 Prozent, schmeißen wir wieder an. Echt doch, 35. Das ist ein bisschen Justierungsarbeit. Können wir mal ein bisschen laufen lassen. Ähm, ne. Weil, der Tank baut ja jetzt ab. Ihr seht, hier gehen immer 590 Gramm durch. Minus, und das ist ja wichtig, hier ist die große Masse drin. Ich möchte ja, dass hier die Masse drin ist, die das immer kühlt. Das Ganze geht hier rein. Dadurch, dass die Masse kälter ist als minus 241 Grad, stellt der das, ähm, Klimagerät aus. Das Ganze geht, dadurch, dass es hier nicht rüber geht, in die Brücke, brückt es nach dem Ausgang und geht hier in den Valve. 90 Gramm gehen hier raus mit minus 245 Grad. 90 Gramm gehen hier rein und kommen raus mit minus 259 Grad Celsius. Und die kommen hier circa raus. Ihr seht das nochmal mit halbem Grad Verlust. Aber so kalt, dass die Menge sich aufstaut. Und ihr seht das hier ganz leicht anhand der Nupsis. Die kondensiert hier. Ne, also, man sieht hier stetig, dass die Menge steigt. Also es passiert tatsächlich, Wasserstoff kühlt sich. Ähm, den habe ich ausgeschaltet, wie gesagt, weil ich den nur brauche zum Ankühlen. Sobald das Ding nämlich die Temperatur vom flüssigen Wasserstoff hat, nimmt es diese Temperatur an. Und ihr braucht das nicht mehr. Das pumpe ich momentan mit flüssigen Wasserstoff hier in den Gastank. Den habe ich hier reingestellt. Den könnt ihr rausstellen. Nur wenn ihr den rausstellt, seid euch erstmal bewusst. Die erste Mal die Rohre, die haben hier die Temperatur angenommen. Die solltet ihr vorkühlen. Denn, ihr schickt da erstmal, selbst wenn die Dinger minus 100 Grad haben, ähm, ihr solltet sie in Metallziegeln einbauen. Und am besten auch mit diesem System schon vorkühlen. Denn, äh, diese Temperaturen, ähm, ihr schickt da minus 250 Grad flüssigen Wasserstoff durch. Nimmt es Energie auf, wird es wärmer. Und ist was passiert? Die Flüssigkeit verdampft euch und das Rohr bricht. Das heißt, dass, wenn ihr das hier rausschickt, solltet ihr genau daran denken. Das ist super wichtig. Übrigens, immer wenn ihr das Spiel ladet, knallt euch hier einmal das Ding um die Rohr. Ihr müsst ja nachher mit einem Schleusensystem, das zugänglich machen. Egal ob eine Liquid-Schleuse oder eine Türschleuse, wie ihr es bei mir aus einem der Videos schauen könnt. Solltet ihr mit bedenken. So. Wenn das aber vorgekühlt ist, könnt ihr in dem Sinne das Gasventil auch deaktivieren. Also, entweder abbauen oder ihr deaktiviert es hier oben durch alles über minus, über den absoluten Nullpunkt. Und ihr seht, oh hier. Da hat es sich wieder befüllt. Sehr schön. Also, der ist jetzt leer geworden. Und hier kam jetzt neue Masse rein. Und der muss jetzt erstmal richtig arbeiten, um das auf minus 200, was hat der? Minus 235 Grad zu kriegen. So. Und was passiert hier? Hier schicke ich jetzt, ihr seht das, 590 Gramm immer noch raus. Mein Tank ist aber leer. Da muss ich glaube ich noch die, ähm, feine Menge finden. Ich hoffe, es kommt jetzt gleich noch genug Menge nach. Denn irgendwann stehen hier nicht mehr 590, sondern jetzt sind 500 Gramm drinne. Jetzt fehlt mir das nächste 410, weil jetzt werden ja mal 90 Gramm rausgesnackt. Und ne, noch habe ich nicht die 231 Grad an Masse. Und darum hoffe ich, dass ich hier oben jetzt mehr Masse habe und hier reinschicke. Kannst du dich doch auf 40 setzen? Ich habe schon auf 35 gesetzt. Jetzt mal auf 40. Dass der schon früher anfängt rauszuziehen. Denn ihr seht, hier sind es nur noch 140 Gramm. Ich glaube, das System wird mir einmal leer laufen. Aber das ist egal. Das ist jetzt eine Feinjustierung, die müsst ihr gerade schnell für euch finden. Wir sehen ja gerade, es sind nur noch 50 Gramm drinne. Und die werden jetzt immer rausgeholt. Und, ah, wir haben noch nicht ganz den Punkt. Es sind ein paar Grad, jetzt ist das System leer. Aber ist egal, das System ist leer. Und ich pausiere jetzt bewusst. Das System ist leer. Und die Rohre haben immer noch die Temperatur. Und behalten die. Die behalten die die ganze Zeit. Die verlieren die nicht, weil sie im Vakuum ausgesetzt sind. Das heißt, es findet kein Wärmeaustausch mehr statt. Und damit es schnellstmöglich sich an der Temperatur gewöhnt. So, jetzt wird wieder ausgeschleust. Zack, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, herzlich willkommen. Beim Anschmeißen erstmal Kälteschaden. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt eigentlich, dass das System durchgängig läuft. Darum solltet... Also den hier unten. Das ist der... Ihr sollt... So, jetzt genau das passiert, was nicht passieren sollte. Wasserstoff. Ihr sollt... Ihr möchtet, dass das System durchgängig läuft. Das wollt ihr. Die ganze Zeit. Darum sollt das nicht passieren. Wichtig ist, das System... Das muss nämlich im Vakuum sein. Jetzt habe ich das im Wasserstoff. Darum ist es sinnvoll. Ähm... Ich nehme mal hier gerade das... Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ihr das mal seht, was passiert. Also schnellstmöglich, denn... Das Ding ist ein Wasserstoff ausgesetzt. Hoher thermischer Leiter. Gratulation. Eure Rohre sind auch hohe thermische Leiter. Und da steht ihr. Ihr möchtet, dass hier immer die ganze Zeit genug drin ist. Darum müsst ihr jetzt hier gerade... Ich glaube, doch habe ich das eben auch schon mal angepasst. Hier kommt jetzt neue Masse. Okay, der hat jetzt erstmal hier... Und es schickt immer noch nach, ne? So, das müsste eigentlich... Wir schauen mal, ob das reicht. Er hier oben müsste eigentlich fleißig zugange sein, denn er füllt wieder auf. Und er hier hat... Ah, noch hat er genug. Ich muss jetzt das gerade mal beobachten. Ich muss auf 60-40 gehen. Denn jedes Mal, wenn ich das hier nachschicke... Ich möchte halt möglichst viel Masse hier drin haben. So, und jetzt ist er leer. Und jedes Mal, wenn ich den anschmeiße... Also da muss ich anscheinend noch mal ein bisschen an der Justierung arbeiten. Aber das ist jetzt nur noch eine Tankjustierung. Der Rest läuft. Ihr wollt eigentlich, dass das Ding durchgängig läuft. Vielleicht sage ich auch hier... Pass mal auf, wir gehen auf minus 230 Grad. Damit das ein bisschen schneller geht. Dann sitzt er zwar länger hier drinne, aber... Ich ziehe ja nur 90 Gramm raus. Und das System sollte das eigentlich halten. Denn jetzt bin ich schon bei 230 Grad. Hier muss ich an der Masse noch ein bisschen arbeiten, ne? Bei minus 235, das ist egal. Das war jetzt schon... Ey, ich habe so lange an der Automatisierung gearbeitet. Wichtig ist... Wichtig ist die Masse, die hier durchgeht, ne? Jetzt laufen wir nämlich wieder leer. Und jetzt kommt der Punkt, und das will ich nicht. Denn, zack! Einmal kurz Kälte-Schaden. Durchs Anschmeißen. Das möchte ich nicht ver... Und es kann sein, dass der gleich auch noch mal kurz angeschmissen wird. Wobei es eigentlich... Boah, doch, der wird jetzt angeschmissen. Zack, einmal Kälte-Schaden. Genau. Und hier auch wieder. Das ist der Punkt. Das ist so geil, ne? Ich liebe das bei Aufnahmen. Wieso bei Aufnahmen das dann auch immer... Passiert. Ach, sehr schön. Aber, ihr seht, es funktioniert, wenn es durchgängig läuft. Es ist nur einmal beim Anschmeißen... Oh, hier ist noch flüssiger Wasserstoff. Der beste Beweis, dass es funktioniert. Wirst du mal aufzusiffen? Wirst du auch flüssig Wasserstoff auszuschmeißen? Okay, ich muss die Grasbrücke einmal zerlegen. Sehr schön, ne? Das sind die Momente, die man nun möchte. So, da rein. Das zerlegen. Ihr möchtet, und das ist... Jetzt füllen und wischen. Vakuum. Vakuum. Vielleicht sind die hier nur 40. Vielleicht muss der nicht so schnell voll... Der muss also weniger voll sein. Weniger Füllmenge, weil dann braucht er länger, um es runter zu kühlen. Aber... Ihr seht, ne? Also, das ist jetzt gerade der Punkt, worauf ich hinaussehe. Ich nehme hier schon 20 Minuten auf. Das wird ein 40 Minuten Video. Das ist... Das ist jetzt nur noch eine Feinjustierung. Das System funktioniert. Eins. Ich habe da jetzt ewig dran gesessen. Ja, das ist die Justierung, die ihr jetzt noch machen müsst. Ich meine, sie müsste jetzt mit 60, 40 und 40, 20 müsste sie hinhauen. Das ist ein grünes Signal, wenn der Behälter voll ist. Der sendet also grün. Der hat noch nicht die Menge, aber den hätte er halt auch schon vorher befüllen sollen. Der ist über 40. Da sendet der ins Rotes. Und so weiter ein Rotes hat. 40 Prozent. Oder vielleicht 35. Das müsst ihr ausprobieren beim ersten Mal. Ja, aber das ist das Prinzip, wie es funktioniert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt es hier drunter. Ich hoffe, ihr konntet euch helfen. Danke. Macht's gut. Euer Sly. Ciao.